Da sind wir jetzt dann wieder mal in einer der Endfolgen von Borderlands 2. Ich weiß immer noch nicht, wie lang es dauert, bis wir jetzt nur wirklich zum Ende kommen, bis wir zum Jack kommen. Wir gehen einfach munter weiter auf unserer Suche und ich hoffe mal, dass wir irgendwo noch mal ein bisschen Konjunktion für die Bazooka bekommen. Weil, da habe ich in der letzten Folge am Ende ziemlich viel rausgehauen. So, danke. Leben ist voll, Mensch, das ist ja mal ein Wunder. Und ich renne hier gleich mal weiter und guck mal, was wir hier noch alles schön haben. Was sind wir hier? Ganz viele Pistols, na super, weil ich die auch brauche. Tschüss. Ich kann hier nichts von brauchen, doch, danke. So, hier haben wir noch eine Kiste. Ach was. Na super. Schön für dich. Sehe ich trotzdem. Tschüss. Bye, nein. Nein. Scheiße. Schiff. Boah. Was hat mich gerade so erwischt, Alter? Bestimmt so eine scheiß Kanate, oder so. Miau. So, ich bin dann mal wieder weg hier. Tschüss. Tschüss. Tschüss dich. Ernst, seriös, nie. Vier. Oh, Gott. Bam. Super badass Loader, ja, genau so sieht er aus. Pistig. Der ist weg, der ist auch weg, jetzt kommen wir noch den nach. Ja, den einen haben wir mal weg. Super. Weg. Ich stirb doch endlich. Präparatur, der Präparatur, der forderlich. Ich mach' keinen Schaden bei dem Idioten. Komm schon. Jetzt, einer noch. Nein, noch einer. Jetzt, nein. Oh, okay, doch. Weg mit dir. Äh, MK1. Stopp. Puh. Was? Badass. Kon... Ernst. Haft. Dein. Verdammter. Ernst. Was war das denn jetzt? Wie geht's weiter? Okay, haben wir hier irgendwas interessantes im Video? Meins. Ach, erforderliches Level 31, schön. Das heißt, die ganzen Sachen, die ich hier finde, kann ich auch gar nicht benutzen. So, liegt hier noch irgendwo was? Den laden wir nochmal nach. Ne, brauchen wir nicht, okay. Dann, war hier noch irgendwas, das ist eher schmerzend. Diese SGT-Loader, die haben irgendwie keinen richtigen kritischen Punkt. Ich geb zwar Kritz, aber... Richtig Schaden mach' ich nicht. Also, ich glaube, da ist es... Was dran ist? Richtig Schaden. Richtig Schaden. Da kann ich eigentlich überall drauf... Oh. Einheit verletzt. Haare drunter. Kritischer. 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 Noch ein Kritischer. Auch noch einer. Ah, Magazin alle. Also, so wie es aussieht, kommen wir der ganzen Sache hier näher, weil so wie die Umgebung aussieht, sieht das schon sehr, sehr badass aus. Nein, sehr, sehr videomäßig. Und es sieht auch irgendwie ein bisschen aus wie eine Kammer. Wenn ich jetzt versuche. Noch so ein Idioten. Oh Gott, ich komm. Komm, ich steck bevor. Bereite Leuchten, Einheit, Entschalte. Tschüss. Ach, super. Komm, den machen wir jetzt noch bald hier. Ah, bei denen ist der Kritische auf dem Körper. Ah, ha, 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 ha. Sollte man natürlich auch wissen. Danke. Joa. So einfach, ne? So, alles klar, wir machen jetzt... Kommt da wieder so ein scheiß Viech. Auf die kacke ich jetzt mal. Ah, ernsthaft. Wie viele denn noch, Alter? Ja. Muss doch irgendwann mal alle sein hier. Einheit, Verlömerung, Reparatur. Feuere, Haftgeschütz, Einheit verletzt. Einheit, Verletzt, Verlömerung, Entdeck, Sanität, Mila. Verpiss dich. Danke. Wer denn jetzt, du da? Du sollst dich verpissern. Das Auge ist es, glaube ich. Ja, das Auge ist es. Gute Nacht. Du sollst sterben. Bitte. Nein, hab ich ein scheiß Scharfschützen. Tschüss. Gute Nacht. Nein. Ich hau da einfach mal ein bisschen was rein. Und treffe natürlich gar nichts. Äh, ähm. So, einen kann ich jetzt gar nicht brauchen. Ja, du da. Ach, du da. Ja, ich weiß, dass es keinen Ausweg gibt. Ich will auch keinen. Nein. Okay. Dann komm her, du kleiner... Du meinst, dass du der Beste bist. Da verpissst er sich. Warum treffe ich den nicht? Hallo? 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 Ja, komm. Schuss. Leid mir zum Glück nicht viel aus. So, jetzt haben wir... Dann ist der Kunde... Ja, deine Mutter stört für Jack. Oh, noch einer! Nee. Nee! Du des Ziels steht unmittelbar bevor. Meine Einschränkung. So. Alles klar, danke. Niemand mag dich. Wir wissen es. Okay. Tauchscheiße. Pistol ist sowieso schrotze. Du kackt Ding da oben. Ich hab's sogar getroffen. Yay. Oh, ne Kiste. Was ist denn da drinne? Eine Shotgun, die schlecht ist und ein Shotgun, die schlecht ist. Vault of Warrior. Wollte ich doch mal gucken, wie es mir der Zeit steht. Ja gut, da können wir noch reingehen. Vault of Warrior. Ach du Scheiße. Ja, das Vorschau-Bild sah ja schon mal sehr, sehr, sehr teuer aus. Ach, ich hab noch drei Token. Rückstoßdämpfung brauche ich eigentlich nicht mehr. Schild, Ladegeschwindigkeit. Ja, machen wir das mal noch. So, ich bin auch schon wieder fast 31 Level hier. Weil ich das sehe, hab ich hier... Du bist eine solche Bandit. Du und deinesgleichen haben Pandora mit ihrer Gier und ihrem Hass verdorben. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor deinesgleichen zu retten. Aber ich bin mehr als froh, das zu tun. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir werden gleich Stress haben. Da hinten ist Lilith. Oh Gott. Ich glaube, wir machen jetzt hier mal einen vorzeitigen Cut und dann machen wir hier an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Weil ich möchte nicht, wenn es spannend ist, mittendrin einen Schnitt haben. Beziehungsweise ich könnte auch einfach überziehen oder noch eine Folge machen. Was mache ich jetzt? Warte. Warte. Ähm. Okay. Ich. Mach nur eine neue Folge. Alles klar. Also wir sehen uns das nächste Mal wieder in der vermutlich, jetzt vermutlich doch wirklich letzten Folge. Wir werden es sehen. Ja. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.